Ciao Leute, Servus und Willkommen beim Drachen. Dieses Video soll nur ein kurzes Infovideo sein und ich will heute ein paar Infos raushauen und auch dazu noch ein bisschen was sagen. Zuerst, heute kam kein Livestream, heute bedeutet Montag. Ich weiß nicht wann das Video kommt, ich hoffe, dass ich es bis Dienstagmittag spätestens hochladen kann. Gut, abgesehen davon, mein Internet ist momentan gedrosselt, weil ich mich auf meinen Strom konzentriert habe. Ich habe mich auf den Strom konzentriert, ich habe mein Geld für den Strom ausgegeben, damit ich wieder streamen kann, damit ich wieder Videos machen kann, damit ich eben für euch wieder da sein kann. Natürlich ist es auch für mich ein bisschen besser, weil ich halt mir leichter was zu essen machen kann, weil ich leichter Essen kühl halten kann, weil ich duschen kann anständig. Jetzt fragt ihr euch immer noch vermutlich, weil ich es absichtlich noch unter der Kuh gehalten habe, obwohl viele schon spekuliert haben, wie das überhaupt funktioniert, dass ich wieder Strom habe. Zunächst mal, ich habe immer noch die 14.000 Euro Schulden oder 15.000 Euro Schulden, es waren 14.000, das ist noch irgendwas, keine Ahnung. Mittlerweile sind es nicht mehr so viel, da ich regelmäßig einzahle momentan. Vorher wusste ich nicht, da hatte ich keine Möglichkeit und wusste nicht genau, wie ich es entschlossen anstelle. Mittlerweile weiß ich es, es ist mittlerweile auch viel für mich geworden, jetzt den ganzen Monat schon. Und für mich ist es jetzt so, dass ich einfach regelmäßig bei Energy Geld einzahle. Ab nächsten Monat, wenn es mit dem Livestreaming weiter so läuft und bisher regelmäßig auch einen höheren Betrag, wenn ich dann mal Geld über habe, kommt auch mehr Geld auf mal einen Schlag hin. Also ich mal sage, ich zahle mal 100, 500 Euro auf einen Schlag ein, der komplett nur für Energy ist. Was bedeutet, ich habe dann quasi 500 Euro weniger Schulden und ja, das ist auf jeden Fall ganz oben. Und wie das Ganze funktioniert, ich habe einen neuen Zähler bekommen. Dieser Zähler ist ein sogenannter Vor-Inkasso-Zähler, das bedeutet, ich bezahle, bekomme eine Nummer. Meine funktioniert in dem Fall mit Nummer und ich kann dann die Nummer eingeben, die ich bekomme, wenn ich eingezahlt habe. Und mit dieser Nummer habe ich ein neues Guthaben, kann das neue Guthaben aufladen, habe dementsprechend mehr Guthaben. Und kann dementsprechend auch meine Videos oder meine Sachen streamen. Und das bedeutet für mich im Klartext, ich bin wieder mit dem Strom da und solange ich das eingezahlt habe, funktioniert das auch. Die Aussage, sowas kein Strom und ich bin auf Twitter online oder ich bin im Livestream online und raus und quatscht, das ist völliger Blödsinn. Wenn ich keinen Strom mehr habe, dann werdet ihr das merken, glaubt mir, weil ich momentan mit dem Internet ein bisschen hinterher bin beim Zahlen, weil ich mich auf den Strom konzentriert habe, dass ich selbst mit dem Handy aktuell zum Internet habe, weil es ein Vertrag ist. Dann hätte ich noch die Sache mit, ihr merkt, ich booste gerade ein bisschen, schnelleren Internet. Das schnellere Internet ist momentan immer noch nicht da, ich habe immer noch keinen Glasfaser, das ist, also ich habe es schon, aber es ist immer noch nicht angeschlossen oder von Telekom gemacht. Keine Ahnung, was da jetzt genau los ist, ich muss da unbedingt jetzt mal nachfragen, weil eigentlich sollte von Telekom schon seit Wochen oder seit Monaten eigentlich schon ein Techniker da sein, der sich da drum kümmert, dass es angeschlossen wird. Und keine Ahnung, was da los ist. Wenn das angeschlossen ist, habe ich dann die 100k-Leitung. Muss ich auch schauen, dass ich das regelmäßig zahle. Was witzig ist, ich habe mich nämlich schon ein bisschen informiert, ich kann bei meinem Vertrag, bei dem ich jetzt aktuell bin, also bei meinem Anbieter, weiterhin bleiben. Und der Witz ist, dass es weniger kostet als aktuell. Was lustig ist, wenn man bedenkt, dass das Glasfaser eigentlich noch nicht teurer sein müsste, was es meiner Meinung nach ist durchs Breitband. Aber okay, funktioniert auf jeden Fall und mein Internet haut hin. Aktuell ist es gedrosselt, weil ich mich, wie gesagt, darauf konzentriert habe, meinen Strom zu bezahlen. Das bedeutet, ich habe die Zahlungen von meinem Internet vergessen zu bezahlen, was natürlich etwas ärgerlich ist. Internet habe ich noch, aber ich habe es eben sehr gedrosselt. Ich habe aktuell 383 Gigabyte oder Kilobit, wie auch immer. Sehr, sehr schlecht auf jeden Fall. Und ab und download, falls ihr euch das fragt, also das ist die gleiche Zahl. Und ja, letzte Info für euch und dann bin ich mit dem Video heute durch. Ich habe einen neuen Rechner, beziehungsweise ich bekomme jetzt einen neuen Rechner. Ich habe einen neuen Laptop da, der funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, deswegen gebe ich ihn zurück. Und ich habe mir jetzt einen neuen Rechner vorgestellt und habe mir jetzt einen richtigen Rechner auch noch nicht bestellt, aber ich habe ihn mir schon so weit zusammengestellen lassen von meinem Bekannten. Und sobald er dann fertig ist und sobald ich meine Kohle bekomme, da diesen Monat das Geld sehr großzügig ausgefallen ist, von YouNow und so weiter, werde ich mir davon auch einen neuen Rechner zulegen, meinen Strom bezahlen. Da habe ich dann den ganzen Monat auch durchgehend Strom, weil es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Danke dafür an dieser Stelle nochmal. Vielen Dank für alle, die mich da supporten, die mich da unterstützen. Das ist unglaublich und ihr hält mir damit ungemein. Das glaubt ihr vermutlich selbst nicht, oder wisst ihr selbst gar nicht, wie ungemein mir das geholfen mag, diesen Monat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das nächste Monat richtig läuft. Und sollte das richtig laufen, nächsten Monat, dann freue ich mich auf jeden Fall unglaublich drüber, dass wir wieder weitermachen können. Ich hoffe, dass es jetzt jeden Monat so läuft. Kann ich natürlich nicht wissen. Vermutlich läuft es auch nicht jeden Monat so. Es kann gut sein, dass wir mal einen Monat weniger verdienen als diesen Monat. Ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass ich da wirklich unglaublich... Ich rede jetzt so viel über Geld. Wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall einen neuen Rechner bestellt. Ich habe schon eine neue Maus, ich habe eine neue Tastatur. Beides von Rocket. Habe ich auf jeden Fall schon eine Maus und eine Tastatur. Da muss ich mir nur noch einen neuen Bildschirm bestellen. Das mache ich dann aber einen Monat drauf, weil ich werde dann wahrscheinlich erstmal mit meinem Fernseher, mit meinem aktuellen Bildschirm... Ich habe ja nicht, weil wenn ich so von der Seite in die Kamera schaue, auf den Bildschirm, dann spiegelt es. Und wie gesagt, wenn alles gut geht, streame ich heute Abend. Für euch heute Abend, vermute ich. Also Dienstag und Mittwoch, diese Woche ist es geplant. Das heißt, am 29. und am 30. Wenn alles gut geht, streame ich die ganze Woche. Aber ich kann auch nichts versprechen. Der Dragon Monday ist übrigens ausgefallen, weil meine andere Kamera des Ladekabels verreckt ist. Und ich drehe entsprechend, dass die Kamera nicht mehr laden kann. Das heißt, ich kann aktuell keinen Dragon Monday geben, aber ich versuche vor Weihnachten noch ein Video zu machen. Ich habe jetzt den Großalarm bei mir ausgelaufen und wegen Branden und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt erlaft, fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Da habe ich mir schon was überlegt. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, scheiß Hater, Alter. Das schwöre ich euch. Tschüss.